Also wir können ruhig aber ein bisschen näher zusammenrücken, also ich brauche keine mehr. Ah, das war ich hier, super. Perfekt. Es ist auch eigentlich recht gelegentlich, ob man mich hört oder nicht. Ja, wie soll ich sagen, ich habe mir einfach gedacht, es regnet heute, mal schauen wer da ist. Und jetzt ist es irgendwie so, jetzt haben wir keine Lautsprecher und nichts und da müssen wir sich einfach so verständigen. Ich habe es auch einfach gesehen, ja, man wächst mit den Leuten einfach jetzt zusammen. Jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, sich einfach mit den ganzen Orgermitgliedern, mit jedem einfach mal auszutauschen, einfach zu sehen, auf welcher Welle schwimmt ihr. Und ich will nur sagen, den Winter schaffen wir auch, weil es gibt Flügel, es gibt Punsch, es gibt Kakao, es gibt Thermoskannen. Wir haben sich eh schon überlegt, ob wir vielleicht so ein, zwei Herdblatt mitnehmen, so mit Soja-Kakao, so für die Veganer, so mit normaler Milch. Und ich meine, den Rumpf mit dem Kakao können wir sicher selber mitnehmen. Ich glaube, das wird kein Problem. Ein paar Papierbecher oder sonst irgendwas oder ihr nützt einen eigenen Becher mit, dann haben wir es wirklich wie beim Rad oder sonst irgendwo, aber der Punsch ist gratis, gehört uns und den haben wir selber, den haben wir selber gemacht, also wir setzen einfach unseren eigenen Punsch an. Das schmeckt sein aber, also da brauchen wir nicht schon, ja, könnte ich vielleicht ein bisschen, nein, wir machen unseren eigenen Punsch. Also ganz ehrlich, den Winter schaffen wir auch und ich glaube, jetzt geht es jetzt heute einfach nochmal darum, dass sich kennenlernen und jeder, der heute einfach irgendwas zu sagen hat oder einfach nur irgendeine Frage hat oder einfach nur mit dem kennenlernen will. Das heißt, ich dachte, ja, hab ich mir gedacht, können wir heute da reden. Bis zum nächsten Mal.